Kann man das wieder äh machen oder was? Wird es doch genau in der Arena Trio? Warte ich hab den oh mein Gott ich heut grad den Tan... Epischen Sieg bekommt man... Eliminierung Ähm Ja Luca wie alt bist du äh nochmal? Ich bin der Älteste hier Nur ein paar Monate geh mal weg Bitte Bitte Ja Aber der Älteste Weißt du meine Mutter hat mich... Wow aber dafür der Schlechteste Ich kann es nicht schlecht in Youtube sagen Ey Sag mal nix wie schlecht ich bin hier Ich bin sehr zu Gott Es geht ab am Zuschauer... Okay ist... Sorry dass du schlecht bist aber ich nimmt schon ein bisschen... Ich bin auch der Meister für Season Spieler Welches Season Spieler bist du? Suka Wohin? 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 Also wenn ihr euch das nicht entscheidet... Ja haben wir doch markiert Biacho Biagina Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr Ich brauch noch eins Du verlassen Biacho Biacho Was hab ich dir jetzt gemacht? Guck um wenigstens zu uns zukommen bitte Nein Nein Ich bleib ein Party Ich mache es einen Solo-Runde lang Okay Ich zog gleich mit euch in Arena Hm seltsam Die Verbindung zum Match kontiniert auf... was? Achso ja ich bin... ich bin immer noch in Arena Leute die Zocken gleich in Arena mit denen Warte mal was war eigentlich mein... Untertitel Ich hab auch meinen Untertitel glaub ich nicht aufgepasst Ich hoffe nicht dass das Untertitel immer noch mit Tapers Geld ist Hast du Hexen? In Meereschatten nützt Hast du Hexenbiesen? Du Füro-Ton in... wo ist das Leute? Das ist die Füro-Ton in... ob das... Komm gönn die Minis Leute ich geh in Spielschätze lang gell Aber ich komm dann Ich hab das Gefühl kann ich in Spielschätze lang Ich hab... Ihr seid am lecken also bei mir mit den Kopfhörern Bei euch irgendeiner hat schlechte Internetverbindung oder beide Ich hab auch gute... Wie hat die das immer fast schlechte? Nein, bei mir klappt die diesmal ausmannsweise wieder Ja Bei mir ist mein Intendent verbündet Und komm wir gucken was rauskommt Wenn super goldenes gar rauskommt kriegst du Hä? Ich bin schon ich... hä? Boah Gönn Leute, du lade mich wieder ein jetzt Ich... ja beruhig dich Lade mich nicht ein Ich kann nicht beitreten Killer Cop Ich... 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 ich will das Killer Cop , dass ich beitrete Komm mal rein Ich... Dritte ganz ruhig das Killer Cop rein ... jetzt haben wir alle in Abläufe Killer Cop Hallo? 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 Leute, ich muss gucken was mit dem ist. Killer Cop, hörst du mich? Na egal. Der Killer kommt wegen des Regens. Socke für dich. Lass einfach hoffen. Storben? Nein! Nein! Hast du ne Pomptern? Welche? Welche? Rutschappen. Da ist ein Boss. Da ist ein Gegner. Ich bin einfach mal wieder... Woll ich mal kuschen? Das ist... Noah. Okay, diesen One-Shot. Noah. Kennst du das Gefühl? Wenn du aufnimmst, bist du schlechteste. Und wenn du nicht aufnimmst, bist du einfach der beste Gefühl. Kennst du den Gefühl? Ich weiß. Ich gehe ganz gut Spielzeit. Killer Cop ist in meiner Gruppe. Killer Cop. Hallo? Hast du mein Mikro schon so aus, gell? Oh ja. Killer Cop? Nein. 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 Was geht? Was? Ja, alles was Beine hat. Ach so. Ich bin ganz gut in Party. Ich lade dich gleich in Party ein, ja? Okay. Ich lade dich gleich in Party ein, ja? Ich lade dich gleich in Party ein, warte. Also... Er war neben dir. Ich hab gerade gesagt nicht. Ey, das war's nichts mit dem live. Vielleicht morgen. Bye. Ich muss aufgehen, okay? Ja, bye. Ich komm live, wenn ich bessere Zeit hab, Leute. Morgen oder so. Bei Helper Scape.